Musik Ich möchte auch dich jetzt recht herzlich begrüssen auf Podcast. Wir sind überzeugt, dass auch genau diese Predigt zu dir wird reden. Darum tue dein Herz auf für das, was Gott auch gerade durch diese Predigt zu dir sagt. Geben wir auch dann noch immer den Podcast zu schauen. Einen recht herzlichen Applaus. Über das Thema, das ich heute sprechen möchte, ist, du wirst dein Ziel erreichen. Wir alle haben Träume, Verheissungen und Zusagen in uns. Von denen, die wir wissen, dass so Gott uns versprochen hat. Du hast vielleicht eine Verheissung, in der du mal geheilt wirst. Oder dass sich etwas in deiner Familie verändern wird. Oder dass deine Kinder wieder zurück zum Glauben kommen. Oder dass Gott ein Wunder tun kann in deiner Ehe. Oder an deinem Arbeitsplatz. Vielleicht trägst du einen Traum in dir, mal eine Reise zu machen oder etwas zu bewegen. Etwas zu verändern. Vielleicht auch mal etwas zu hinterlassen. Wie ein Erb auf dieser Welt, sei es im Geistlichen oder auch im Materiellen. Etwas weiterzugeben. Dann starten wir unsere Reise. Enthusiastisch und leidenschaftlich gehen wir auf das Ziel zu. Auf die Verheissung oder auf den Traum zu. Wo Gott unser Leben hat dich eingelegt. Und dann erleben wir, wie unerwartete Herausforderungen kommen. Wir erleben, wie vielleicht eine Beziehung kaputt geht. Wir erleben, wie irgendwo Schicksalsschläge unser Leben packen und überraschen. Wir erleben, wie Nöte in unser Leben kommen. Oder wir erleben auch, wie Sachen nicht so laufen, wie wir uns vorgestellt haben. Oder uns ausgemalt haben. Und dann ist es eigentlich ganz, ganz einfach aufzugeben. Die Zusagen und die Träume einfach loszulassen. Und die Verheissung, die Gott eigentlich unser Leben hat dich eingelegt, wie aufzugeben. Doch wenn wir es schaffen, trotzdem dran zu bleiben. Trotzdem an Gott festzuhalten. Trotz all diesen Nöten und Stürmen in unserem Leben, Gott nicht aufzugeben. Gott weiterhin zu priorisieren. Kille weiterhin das Gewicht in unserem Leben. Dann werden wir erleben, wie Gott zu Ende wird bringen, was er mit uns gestartet hat. Gott wird immer wieder all seine Verheissungen und all seine Versprechen, die er Idee und mir hat dich eingelegt, wahr werden lassen. Wenn wir es schaffen, an Gott festzuhalten. Ich weiss, das braucht Glauben. Das braucht durchhalten Willen. Das braucht auch Selbstvertrauen. Oder anders gesagt, auch Vertrauen in Gott. Es braucht auch Vertrauen in Gott und in seine Gedanken. In Gott und in seinen Planen für uns. Und auch manchmal, wenn es nicht immer so läuft, wie wir uns vorstellen. Gerade genau dann braucht es Vertrauen. Dass Gott immer noch da ist. Dass Gott uns nicht vergisst. Und dass Gott trotzdem zum Ziel kommt. Oder vielleicht eben gerade wegen dem zum Ziel mit uns wird kommen. Und darum möchte ich dir ermutigen, auch wie Faktoren in dein Leben kommen. Wie Menschen, die gegen dich sind. Beziehungen, die kaputt gehen. Umstände, die nicht so sind, wie du dir vorstellst. Habe trotzdem an Gott fest. Weil Gott hat ein Ziel für dich. Und er wird mit dir dein Ziel erreichen. Dass unser Leben, auch manchmal in einer tragischen oder auch schrecklichen Art, enden kann. Und vielleicht nicht so kann kommen, wie es eigentlich geplant wäre. Oder wie es Gott vorher bestimmt hat. Haben wir gerade den neuesten Film über Elvis Presley gezeigt. Es kommt gerade im Kino. Ein Film über das Leben von Elvis. Und ganz das Spannende ist, dieser Film beleuchtet eigentlich Beziehungen zwischen dem Manager von Elvis und Elvis Presley selber. Da sehen wir auf der einen Seite der Elvis. Ein junger, scheucher Mann. Ja, unsicher, aber brutal begabt. Sehr begabt. Und wir sehen auch im Film, wie er die Gabe eigentlich geweckt wurde oder überkommend hat von unserem Gott im Himmel. Eine Gabe, mit seiner Stimme die Welt zu erreichen. Auf der anderen Seite sehen wir einen selbstzentrierten, egoistischen Manager, der ihm Elvis einfach eine Geldquelle sieht. Es ist immer wieder schafft, Elvis auf seine Seite zu ziehen. Es ist immer wieder schafft, Elvis eigentlich zu motivieren, das zu machen, was er machen will, damit er als Manager ganz viel Gewinn und ganz viel Geld aus dem Leben von Elvis herauskommt. Und je länger dieser Film dauert, und ja so richtig Anfall leiden, und je länger er dauert, umso mehr hast du gesehen, Elvis konnte zwar Nein sagen, aber er ist immer wieder darauf eingehen, auf die Rede oder die Überredungskünste von seinem Manager. Spannend ist dann, als der Film fertig war, hat es mich Wunder genommen. Warum macht man einen Film über die Beziehung des Manager zu Elvis? Ich bin ein bisschen vorgeschaut, und ich habe dann den Autor gefunden, der ein Buch über die ganze Beziehung geschrieben hat. Das Buch, das übrigens auch gerade die Quelle des Films war. Und dort hat der Autor des Buches gesagt, Hätte Elvis einen anderen Manager gehabt, einen, der wirklich an ihn glaubt und ihn nicht zu seinen Gunsten ausnützt, würde er sehr wahrscheinlich heute noch leben. Ich dachte, das wären noch spannende Gedanken, Elvis noch lernen zu kennen, vielleicht noch mal als Worship-Leader einzuladen. Ich weiss, die, was wären, wenn Fragen, bringen nicht viel. Und trotzdem habe ich mir überlegt, ja, was wäre gewesen, wenn es Elvis geschafft hätte, auf sein Herz zu hören, was wäre passiert, wenn er es geschafft hätte, immer wieder auf das zu hören, was tief in ihm eigentlich war. Auf seine Bestimmung zu hören, statt auf einen Manager, oder vielleicht sogar auch auf seinen Egoismus. Was wäre passiert? Wir wissen es nicht. Aber mehr hat es motiviert, mehr wieder Gott herzugeben, umso mehr zu hören, auf das, was Gott sagt, und nicht auf das zu hören, was die Menschen, die Umstände oder die Welt uns probiert zu sagen. So ein bisschen als Inspiration, einen kleinen Ausschnitt aus dem Trailer von diesem Film. So ein bisschen als Inspiration, für nächste Woche, vielleicht mit ein paar Personen zusammen, von Kirli, Geilweiss zu schauen, wenn wir es lassen, das Spannende ist, es hat ein spannendes Zitat in dem Film, Wirst du mit einer Bestimmung geboren, oder kommt sie irgendwann? Wenn wir jetzt in die Bibel eintauchen, dann sehen wir, dass wir mit einer Bestimmung geboren werden. Sie kommt nicht irgendwann, sondern sie ist von Anfang an da. Wir lesen in der Bibel, dass Gott eigentlich alles in jedem Einzelnen von uns eingelegt hat, was er mit uns wahr werden will, was er mit uns zusammen vorhören will. In jedem von uns ruht Potenzial, seine Träume, seine Bestimmungen, die darauf warten, mit unserem Gott zusammen geweckt zu werden und wahr zu werden. Und spannend ist, wenn wir zusammen mit Gott die Bestimmung anfangen zu entdecken, dann führt das uns zum Ziel, das Gott für uns bereit hat. Wenn wir es aber nicht schaffen, auf Gott zu schauen und Gott zum Zentrum für unser Leben zu machen, dann werden ganz viele Stimmen kommen. Es werden Menschen kommen, es werden Umstände kommen, es werden Gedanken kommen, es werden Nöte kommen, die uns immer wieder versuchen zu sagen, gib auf. Weil die Welt und Menschen um uns herum werden alles daran setzen, dass wir ja nicht unsere Gottgebnebestimmungen entdecken und ausleben. Weil sonst wären wir ja nur ein Zeichen von seiner Grösse, ein Zündnis von seiner Liebe und wir wären dann noch ein Abbild von all dem, was Gott kann bewegen mit uns und Menschen könnten noch zum Glauben an Gott finden. Darum versucht, der Gegenspieler von Gott alles daran zu setzen, dass wir ja nicht unsere Bestimmung entdecken. Darum, glaube ich, ist es umso wichtiger, dass wir immer wieder lernen, auf Gott zu schauen und auf das zu hören, was Gott mit uns tun will. Darum liebe ich auch die Aussage aus dem Film, wo die Mutter zum Elvis sagt, schau, deine Art, zu singen, Elvis, ist Gott gegeben, also kann da dran nichts verkehrt sein. Schau auf Gott, mach es mit Gott. Ich glaube, das ist das, was wir auch gerade aus dem Film oder aus dieser Predigt mitnehmen können. Schauen wir auf Gott, gehen wir mit Gott durch das Leben und dann werden wir unser Ziel erreichen. Oder anders gesagt, mit Gott zusammen wirst du auch hier dein Ziel erreichen. Es kann ganz gut sein, auch gerade heute Morgen hier im Saal oder daheim auf Livestream, dass du dir in einer Herausforderung in deinem Leben befindest, vielleicht in deiner Gesundheit, vielleicht in deiner Ehe, vielleicht auch in deinen Finanzen und alles um dich herum oder auch in dir innen schreit und sagt zu dir, gib besser auf, die Umstände sind zu gross, gib dich mit dem Mittelmass zufrieden, erwarte ja nicht zu viel, lass dich verheissig los, such nicht mehr nach dem, was Gott in dein Herz hat gelegt. Schau dir, dass du einfach dein Leben überlebst. Doch wenn wir dann ganz still werden, auch gerade heute Morgen, glaube ich, Gott ist da. Und wenn wir es wieder schaffen, auf Gott zu hören und auf Gott zu schauen, dann hören wir, wie vielleicht ganz eine leise und auch feine Stimme uns immer und immer wieder zurüft. Und Gott zu uns sagt, gib nicht auf, du wirst dein Ziel erreichen, du bist voll auf Kurs, auch wenn es vielleicht nicht so aussehen hat. Halte dich einfach an mir fest, weil ich bin immer noch auf dem Thron in deinem Leben. Ich habe immer noch einen Plan und ich werde das letzte Wort haben. Auch wenn deine Umstände gegen dich sind, schau auf mich, ich werde sie brauchen, um das Beste aus deinem Leben herauszuholen. Ich werde auch deine Umstände und deine Nöte brauchen, um dich weiterzuführen, wenn du auf mich schaust, wie du das Ziel mit mir zusammen erreichen kannst. Weil was Gott versprochen hat, was Gott in uns hat eingelegt, wird er auch wahr werden, wenn wir es schaffen, an ihm festzuhaben. Doch die Frage ist jetzt, vielleicht auch gerade heute Morgen, wie machen wir das praktisch? Wie erleben wir, dass das, was Gott in uns hat, eingelegt? Wie können wir erleben, dass die Verheissungen und auch das, was Gott mit uns wahr werden möchte, vielleicht auch gerade all das, was wir noch gar nicht wissen, was Gott wahr werden möchte. Und Gott sagt, danke, wissen wir manchmal auch gar nicht, was Gott noch alles will tun. Weil sonst würden wir gar nicht vorwärts gehen, weil es so gross und unglaublich genial ist, was Gott will tun, weil wir nur Angst hätten. Aber Gott sagt, gang den nächsten Schritt. Und wie können wir den nächsten Schritt gehen? Ganz einfach, indem wir glauben, in unsere Verheissung hineinmixen. Ich habe hier ein praktisches Bild mitgebracht, für euch, das besser zu erklären ist. Wir haben hier eine Cockyflasche. Und heute Morgen, für das Bild ein bisschen besser zu verstehen, möchte ich jetzt mal einfach ganz abstrakt, banal sagen, das bist du. Ich weiss, das hat nicht jeder Cocky gern. Cocky ist noch nicht unbedingt gesund. Wir können hier eine Cocky light nehmen oder ein Glas Wasser wäre natürlich viel besser, aber ich glaube, das ging das Experiment nicht. Gut, aber einfach schnell für bei diesem Bild zu bleiben, das sind wir. Wir sind wie so eine Cockyflasche. Wir haben alles in uns innen. Das sind Träume drin, das sind Verheissungen drin, das sind Gaben drin, das ist Potenzial drin und so viel Gutes, das darauf wartet, mit unserem Gott zusammen zum Leben erweckt zu werden. Doch wenn wir jetzt einfach durchs Leben gehen und nichts machen, bleibt die Cockyflasche einfach eine Cockyflasche. Es ist zwar alles da, aber es kommt nicht zum Leben. Es geht nicht vorwärts. Und für das wir jetzt eine Cockyflasche, Inhalt zum Sprudeln bringen, vorwärts bringen, gibt es jetzt Mentos. Vielleicht kennt ihr das Experiment. Seid ihr parat? Gut. Mentos. Und wenn du jetzt einen Mentos nimmst und sie hineintust, dann passiert Folgendes. Aber schaut selber. Es kommt Leben in die Cockyflasche. Es kommt Leben in unser Leben. Was ist denn unser Mentos? Das ist nichts anderes als Glauben. Wir füllen unser Leben mit Glauben. Oder anders gesagt, wir mixen unsere Verheissungen, unsere Zusagen, alles, was Gott uns aufs Herz hat gelegt, mit Glauben. Und Glauben ist, wir werden aktiv. Wir beginnen daran, dass Gott wirklich Wunder tun kann. Wir beginnen daran, dass Gott nicht nur verheiss hat, dass wir gesund werden, sondern wir glauben auch daran, dass Gott ein Wunder unserer Gesundheit tun kann. Wir füllen daran, dass Gott nicht nur verheiss hat, dass unsere Kinder zurückkommen, von ihren Irrwegen, wo sie gegangen sind, sondern wir glauben ganz aktiv daran, dass unsere Kinder wieder zurückkommen und auch Gott in den Himmel priorisieren und lernen kennen. Wir füllen daran, dass unsere Ehe aufblühen kann. Wir füllen daran, dass wir unserem Arbeitsplatz ein Sägen können sein. Wir füllen daran, dass Gott uns brauchen will, wie er uns verheiss hat, ein Sägen in unserem Umfeld zu sein, so dass andere Menschen anhand von unserem Leben und vom Sägen, den Gott uns schenkt, die Grösse und die unglaubliche Genialität von unserem Gott im Himmel können wir anfangen zu erkennen. Wenn man von Anfang Glauben darin gibt, dann kommt das Leben darin. Das ist genau das, was Jesus so sagt. Jesus sagt, deshalb sage ich euch, ihr habt eigentlich alles, was ihr braucht, in euch, aber jetzt sage ich euch, um was ihr auch bittet und was wir auch Gott darum bitten, glaubt fest. Also glaubt daran, dass ihr es schon bekommen habt und Gott wird es euch geben. Und ich liebe, wie Jesus sagt, schaut, glaubt daran, oder mehr noch, glaubt fest daran, dass eure Kinder wieder zurückkommen, dass eure Ehe wird aufblühen, auch wenn es im Moment nicht so aussieht. Glaubt daran, dass euer Arbeitsplatz euch wird Sägen bringen, dass ihr könnt sagen sein, auch wenn im Moment alle gegen euch sind. Glaubt daran, dass Gott wird einen Unterschied in eurem Leben machen. Und das ist, wir mixen Glauben in unserer Verheissung. Und da kommt Leben, und da kommt Power, und da kommt Kraft in euch. Glaubt fest, dass ihr es werdet bekommen, auch wenn wir noch nichts sehen, und wir werden unser Ziel erreichen. Seine Verheissung, auch mit Glauben gemixt hat Paulus ein anderer Mal aus der Bibel. Paulus war ein Mann, der ganz viel für Gott erreicht und viel für Gott bewegt hat. Eines Tages wird er von den führenden Juden, das sei Gesetzeslehrer oder auch die religiöse Elite zu dieser Zeit angeklagt. Sie hatten keine Freude, was Paulus bewegt hat, wie er für Jesus eingestanden ist und ihn eigentlich umbringen wollte. Ihr Ziel war, wenn er dann vor das Gericht kommt, dann passen wir nicht mehr ab und werden ihn umbringen. Paulus kam aber ein Gedanke, er sagte, ich lasse mich nicht in den Lohn bringen, weil ich bin eigentlich ein Römer. Ein Römer hat das Recht, nach Rom zu gehen und dort vor dem Kaiser vor das Gericht zu stehen und sich vom Kaiser zu verurteilen. So hat er einem Stadthalter, der ihn gefangen nahe, gesagt, ich will mich nicht von den Juden verurteilen, sondern ich will auf Rom, weil ich bin ein Römer. Er spürt, es ist eine Verheissung, die Gott ihm gegeben hat, nämlich, dass er eines Tages in Rom wird sein und dort wird das Evangelium predigen können. Er wusste zuerst noch einmal nicht, wie er möchte, also gehe ich als Gefangene. Es spielt ja keine Rolle, die hauptsächlich ist, ich komme nach Rom und kann dort den Menschen von Jesus erzählen. Gut, er hat sich als Gefangene auf Rom schickt, er ist auf ein Boot mit ganz vielen anderen Gefangenen und dann lesen wir in der Bibel, wie ein Sturm auf dem Boot kam. Ein unglaublicher Sturm, wir lesen in der Bibel, dieser Sturm war so gross, dass eigentlich alle an Bord, Gefangene, Ketten und auch alle Matrosen und Soldaten den Glauben an eine Rettung verloren haben. Sie haben sich eigentlich mit ihrem Schicksal abgefunden. Sie haben aufgeben und haben gewusst, wir gehen unter, das Schiff wird untergehen, wir werden alle sterben. Doch Paulus hatte ja Verheissung. Er hat gewusst, ich werde eines in Rom predigen. Auch wenn ich vor das Gericht muss, das ist mein Weg auf Rom. Er hat gewusst, dorthin gehe ich, für das bin ich berufen, für das bin ich bestimmt. Er hat den Glauben nicht aufgegeben, obwohl alle um ihn aufgeben haben. Und sein Glaube war so stark, dass ihm sogar ein Engel begegnet ist. Und der Engel sagt ihm, Paulus, gib nicht auf, weil ich werde dich am Leben lassen. Was der Engel genau sagt und was der Paulus aus dem heraus gemacht hat, lesen wir hier. Der Paulus ist von die ganze Mannschaft her, eine Mannschaft, die den Glauben verloren hat, und sagt zu ihnen, doch jetzt bitte ich euch, eindringlich, gebe nicht auf. Keiner von uns wird umkommen. Nur das Schiff ist verloren. In der letzten Nacht stand neben mir ein Engel des Gottes, dem ich gehöre und dem ich diene. Er sagte, fürchte dich nicht, Paulus, du wirst vor den Kaiser gebracht werden. So hat Gott es bestimmt. Und auch alle anderen auf dem Schiff wird Gott deinetwegen am Leben lassen. Deshalb habt keine Angst. Und er sagt, ich vertraue Gott. Es wird sich erfüllen, was er mir gesagt hat. Wir werden auf einer Insel stranden. Und dann lesen wir weiter hinzu und er sagt, jetzt essen und machen nicht parat. Das Schiff wird schon gleich stranden. Wir werden von diesem Schiff davonlaufen. Das Schiff wird zwar kaputt gehen, aber wir werden überleben. Was hat Paulus gemacht? Paulus hatte eine Verheissung, dass er mal in Rom das Evangelium verkünden kann. Dass er in Rom wird sein und den Menschen von Gott erzählen können. Das hat Paulus gewusst. Und in diesem Sturm hat er eigentlich nichts anderes gemacht, als dass er Glauben in seine Verheissung schüttet. Oder anders gesagt, er hat sie gemischelt mit seiner Verheissung. Er hat Glauben dargestellt. Und in Liebe sind er hier sagt, keiner von uns wird umkommen. Er steht vor die Mannschaft her und das ist der erste Glaubensakt von Paulus. Er stand vor die Mannschaft her und in einem Sturm in einem Boot, hoch wieder runter bewegt hat, wo es gehudelt hat, wo es gestürmt hat, wo es geregnet hat, wo man ihn vielleicht nicht einmal richtig verstanden hat. Er steht vor die Mannschaft als Gefangene, ohne Stimme, ohne Autorität, wie her und gestanden und gesagt hat, ich will etwas sagen. Sie haben vielleicht nicht einmal verstanden am Anfang. Sie haben vielleicht nicht einmal gehört, was er dir sagen will, aber er hat sich nicht lassen bringen und sagt, dass er zur ganzen Mannschaft kam, keiner von uns wird umkommen. Wir werden überleben. Gott erklärt. Er ist mein Gott, ich bete und Gott rettet uns. Er wird uns retten, und euch retten. Er wird euch mitnehmen. Das ist das, was Gott mir gesagt hat. Ich habe mir überlegt, wenn ich es gelesen habe. Das ist Glauben. Das ist eine Verheissung gefüllt mit Glauben oder gemixt mit Glauben. Das sind Statements, die wir wieder machen dürfen. Statt dass wir sagen, du hast meine Situation nicht genug gesehen. Das geht nicht mehr. Das ist vorbei. Der Sturm ist nicht gut hingeschaut. Wir gehen unter. Alle sagen, es ist vorbei. Wir sagen, aber ich habe Gott an meiner Seite. Er wird nicht zulassen, dass das nicht gut kommen. Er wird nicht zulassen, dass es schief gehen. Er wird schauen, dass es gut kommt. Gott an meiner Seite das Beste für mein Leben suchen. Paulus hat sich nicht von seinen Umständen leitet. Darum hat er heute Mut gemacht. Lass dich nicht von deinen Umständen leiten. Von Menschen, von Stimmen, von Leuten, die versuchen, zu sagen, dass das und das nicht mehr gut kommen. Dass das und das vorbei ist. Dass du die Hoffnung besser aufgibst und den Glauben lassen. Schlag an, sondern Stange wieder her und mach es wie Paulus und sag, ich habe Glauben. Und ich fülle meine Verheissung mit dem Glauben, dass Gott da ist. Und er wird nicht zulassen, dass uns irgendetwas passieren. Und liebe ihn, wie er sagt, im zweiten Teil dieser Geschichte. Ich vertraue meinem Gott. Und ich weiss, es wird sich erfüllen, wie er mir zugesagt hat. ich vertraue meinem Gott. Ich glaube an diesen Gott. Wenn ich das so lesse, dann denke ich, ich wünsche mir mehr von Paulus. Ich wünsche mir mehr Glauben von Paulus an einem Mann, der herstehen kann. Ich wünsche mir mehr, immer wieder herzustehen und sagen, ich glaube daran, dass Gott den Plan hat. Ich glaube daran, dass Gott zum Ziel kommen. Auch gerade in unseren Herausforderungen dürfen wir herzustellen. Ich glaube dass Gott meine Not sieht und dass er mich nicht vergessen hat. Aber dass er gerade durch diese Not etwas Gutes und Genials daraus entstehen kann. Was machen wir? Wie schon gesagt, wir füllen Glauben in unseren Verheissungen. Oder anders gesagt, wir mixen es mit all den Zusagen, die Gott uns gegeben hat. Wenn ich zurück schaue auf mein Leben, habe ich schon ganz viele unglaubliche geniale Menschen gelernt kennen. Menschen mit einer ganz krassen Verheissung oder auch mit unglaublichem Potenzial in ihrem Leben. Ich habe Menschen gelernt kennen, die genau das Potenzial mit Glauben gefüllt haben. Sie konnten staunen und zuschauen, was Gott alles mit ihnen bewegt. Sie haben zugeschaut, wie sie sie überholt haben. Sie nicht zugejubelt, wie sie weitergegangen sind. Sie gestaunen, was Gott mit ihnen verändern konnte. Aber ich selber probiert und vielleicht 10% von denen bewegen können. Oder wegen Schicksalsschläge, wegen Nörder oder Herausforderungen oder Situationen, die sie nicht verstanden haben, in ihrem Leben einfach aufgegeben. Und haben eigentlich aufgehört, an all das zu glauben, was in ihnen steckt. Darum möchte ich dir ermutigen, mach es wie der Paulus. Mix immer wieder Glauben in deinen Verheissungen und auch du wirst dein Ziel erreichen. Und sage zu dir selber jeden Tag von neuem, ich sehe zwar alle Stürme, ich sehe auch die Nöte, du vielleicht siehst auch keine Auswege in deinem Leben, aber sage zu dir selber aber ich lasse mich von diesen Umständen nicht ausbremsen. Ich höre auf mich zu sorgen und erwarte stattdessen wieder dass Gott mich sieht, dass Gott mich gehört, dass Gott mich wahrnimmt und dass Gott weiter sieht nicht vergessen und dass Gott genau zur richtigen Zeit die richtige Idee wird schenken, die richtige Tür wird auf tun, die richtige Durchbruch wird schenken. Ich werde mein Ziel erreichen, egal wie es aussieht, egal was kommt, weil ich glaube fest, dass Gott einen Plan hat. Ich glaube fest, dass Gott mich und meine Herausforderungen nicht vergessen und dass er weiterkommt, trotz allem, dass er das brauchen kann, für mich weiterzubringen. Glauben an Gott bringt uns immer wieder Schritt für Schritt näher ans Ziel. Darum, wenn du nicht weißt, was ist deine Bestimmung, darum, wenn du irgendwo um kämpfen bist, darum, wenn du irgendwo bleibst stehen oder dich umgeben, ich glaube, das Beste, was wir machen können, ist immer wieder in unser Glauben investieren. Weil Glauben wird schlussendlich der Schlüssel sein, für unsere Verheissung zum Leben zu bringen. Darum nährte Glauben, investiere in die Glauben, vergrössere die Glauben. Auch wenn du nicht weißt, was in den fünf oder in den nächsten zehn Jahren passieren wird, investiere in die Glauben, priorisiere Gott, komm so viele mögliche Kirchen, oder schau den Livestream in, starte den Tag mit Gott und nähr die Glauben. Du wirst staunen, was Gott schon um in einem Jahr oder in zwei Jahren alles aus deinem Leben raus holen. Aber gehen wir noch Spannend ist, wie der Engel zum Paulus sagt, und alle anderen, die auf dem Schiff sind, wird Gott deinen Wegen am Leben lassen. Schauen wir uns die Situation an. Paulus war ein Gefangenen. Paulus hatte kein Recht. Paulus hatte keine Stimme. Er war eigentlich zweitklasse. Wir lesen sogar in der Bibel, dass die Soldaten uns überlegt, alle Gefangenen über Bord zu werfen. Dass sie ertrinken im Sturm ihnen das Boot ein bisschen leichter wird. Und dort wäre Paulus dabei gewesen. Und trotzdem sagt Gott zu Paulus, obwohl er eigentlich Gefangenen war und keine Stimme hatte, sagt er Paulus, ich werde alle deinen Wegen am Leben lassen. Es geht sogar so weit, dass Paulus nachdem er die Rede gehalten vor dem Kapitän als Gefangenen wohlverstanden die Rede gehalten vor seinen Soldaten die ihn gefangen gehalten die Rede gehalten vor den Matrosen und den anderen Mitgefangenen und dann beginnt zu befehlen, was sie jetzt tun sollen. Er hat so eine Selbstsicherheit und so eine Überzeugung, dass Gott sie rettet wird. Er hat so einen starken Glauben, dass er sie anschaut und sagt, ihr werdet alle überleben, aber nicht wegen euch, sondern wegen mir. Und jetzt essen. Und jetzt müssen wir essen. Dass wir wieder Kraft haben, dass wir wieder Glauben haben, dass wir wieder mögen, wenn das Boot stranden und kaputt gehen müssen, raus kommen und dann werden wir zuverlaufen oder halb schwimmen, halb säckeln, wie auch immer. Aber jetzt müsst er essen. Und dann lese wir die Bibel, wir haben es das gemacht. Sie gesagt, Sir Paulus Gefangenige, wir machen das. Er hat eine Überzeugung gehabt. Von wo kommt seine Selbstsicherheit? Von wo kommt die Überzeugung, dass er das Ziel wird erreichen? Das kommt, wenn wir Glauben in unsere Verheissung mischen. Da kommt plötzlich eine Selbstsicherheit, die du dir selber nicht holen kannst. Da kommt die Überzeugung, die du dir nicht erarbeiten kannst. Da kommt ein Glauben, der wach wird, der du dir noch in den schlimmsten Stürmen sagst, ich gebe nicht auf. Gott hat einen Plan, Gott hat ein Ziel, Gott wird zum Ziel kommen mit uns. Die Selbstsicherheit durfte ich das erste Mal erleben, in Mammittal. Da hatte ich das Gefühl, wie Gott sagt, wir sollen hier auf dem Land eine neue Kirche starten. Auf dem Land hatten wir mehr Gegenwehr als wenn eine Kirche in der Stadt startete. Das sind gute Freunde von mir. Menschen, die ich gerne hatte, die ich gekannt habe, waren plötzlich gegen mich. Menschen haben mich eingeladen und sagten, was willst du da, du spinnst, Könnel. Menschen, Freunde, sie waren plötzlich keine Freunde mehr. Wir haben Briefe bekommen, die Leute uns geschrieben haben, es ist nicht gut, was wir machen, wir sollen gescheiter aufhören. Ich hatte Leute, die mir gesagt haben, Könnel, wir müssen hören, das kommt nicht gut. Wir gehen gescheiter auf. In all dem habe ich eine Selbstsicherung gespürt. Ich wusste, ich kann nicht hören. Egal, was die Menschen sagen, egal, was die Umstände sagen, ich bin zwar ein sehr schüchiger Mensch, aber ich kann nicht hören. Nicht, weil ich irgendwo stark bin, sondern weil ich erlebt habe, wie ich in die Zusagen von Gott, die er für mein Leben hatte, durfte dreimixen. Und genau gleich wirst du eine Selbstsicherheit finden. Du wirst eine Zuversicht finden und du wirst eine Überzeugung finden, wenn du es wieder schaffst, Glauben in deine Verheissungen wie ich zu setzen oder anders gesagt, es zu mischen mit Glauben. Du wirst plötzlich gespürt, auch wenn Leute dir sagen, gib deine Ehe auf, wie du sagst, ich gebe nicht auf. Ich habe gesagt, bis zum Tod bleiben wir zusammen unterwegs. Ich habe an diesem Eheversprechen fest. Und Gott wird Wunder tun. Er wird uns vorwärts bringen. Er wird den Zerbruch auch etwas Schönes daraus heraus entstehen. Wir werden die Kraft finden, einander zu vergeben. Du wirst plötzlich Glauben finden, an deinem Arbeitsplatz, wo Gott dir geschenkt hat, wo alles anders als gut kommt, wo alles nicht ist, wo Menschen gegen dich sind, der Chef gegen dich, aber du spürst, nein, ist eine Verheissung. Gott hat mich da hergestellt. Er will mich brauchen, um ein Zeugnis zu sein. Er will mich brauchen, um das Licht rauszutragen in die Welt. Und du wirst plötzlich eine Überzeugung finden, die dir niemand geben kann. Warum? Du hast Glauben in deine Verheissung gemixt. Du wirst Glauben finden für deine Kinder, die ganz weit weg sind von Gott, die alles andere machen, als du dafür geglaubt hast. Und Leute sagen dir, gib sie auf. Gib die Menschen auf in deinem Leben. Vielleicht sind es Menschen, Freunde, Kinder, Familie, Angehörige, Leute, die dir nach sind, aber du spürst tief in deinem Herz. Nein, gib sie nicht auf. Ich glaube fest, dass Gott noch den Plan nicht mit ihnen. Ich glaube fest, dass Gott zurückbringt. Ich glaube fest, dass Gott nicht vergessen hat. Ich glaube fest, dass Gott mit ihnen seine Geschichte zu end schreiben. Und wenn es nur einer ist, glaubt, dann bin ich. Aber ich glaube daran, dass Gott im Leben von diesen Leuten ein Wunder tun kann. Es ist eine Verheissung, die Gott mir gegeben, dass meine Kinder, meine Kollegen, meine Freunde, meine Arbeitskollegen zurück zu diesem Gott finden. Das ist auch nicht im Herzen. Wenn wir arbeiten, unseren Glauben zu mischen mit der Verheissung, dann kommt selbst die Sicherheit. Und wir werden wie Paulus als Gefangenige, als Mann oder Frau, der vielleicht nicht viel zu melden in dieser Welt. Als Mann oder Frau, der vielleicht auch nicht überzeugend reden kann. Aber wir haben einen Gott an unserer Seite, uns sagt, ich werde dich führen, ich werde dich am Leben lassen, ich werde dich leiten und sie werden überleben wegen dir. Und ganz viele Menschen werden den Gott finden wegen uns. Ganz viele Menschen werden den Sägen von Gott entdecken wegen uns, weil wir an Gott festgehalten haben. Darum möchte ich heute ermutigen, mach es wie der Paulus, mich immer wieder, glaube in deiner Verheissung. Mach es wie Jesus, wenn er uns sagt, glaubt fest daran, nichts ist unmöglich, dem, der glaubt. Glaub und du wirst erleben, wie Wunder passieren. Gib Menschen nicht auf, gib dein Umfeld nicht auf, wegen dir werden Menschen gerettet werden, wegen dir werden Menschen Träume erkennen, wegen dir werden Menschen ihre Verheissung entdecken, wegen dir werden Menschen sich verändern. Warum? Weil du geglaubt hast und nicht aufgegeben hast. Und nebenbei ist ganz spannend, wirst du dein Ziel erreichen, weil du an Gott an deiner Seite hast, wo nichts unmöglich ist. So genial hast du eingeschaltet. Wir wünschen und hoffen, dass auch genau diese Celebration oder Predigt dir hilft, weiterzukommen in deinem Glauben. Und auch du entdecken, was Gott noch alles bereit hat für dich. Und wenn du merkst, dass du noch irgendwo gerne ein Gebet hättest, dann melde dich einfach, wir von Herzen gerne für dich beten. Oder auch wenn du sonst Fragen hättest, melde dich bei uns. Wir geben uns das Beste auch dir zu helfen, dass du deine Träume entdecken und auch du ein Sagen für Menschen in deinem Umfeld werden. In dem sind bis Gesangnet und Habs gut.